Skyy! So, ich muss ja mal gucken, wo wir hier sind. Ooooooooh! Oh, nein, 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 nein! ooh Hamm Gehst du weg, gehst du weg! Ja, das von Simon Angeforderte-Auto wird nicht mehr benötigt ist, klar! Eyy, ich sehe gar nichts wo bin nicht hier? Toll, ich siehoo Sonne. Sonne und Blau, und, ach da! Ach, da ist ein Bär. Ich glaube, muss ja mal einer sagen. Hilfe! Hi, Blutrose! Wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben und guten Rutsch hat ihr auch. Dankeschön. Schön, dass du da bist. So. Stüsschen. Äh. Ja, guten Rutsch, ja auch. Laune, Bub. Schön, dass du da bist bei der Let's Play Live Show Silvestergala. So. Hilfe! Mein Helikopter will irgendwie nicht. War nicht hier oben diese Station oder sowas irgendwie? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Stimmt, der war ja hier, ne? Uaah, Vorsicht! Oh. Oh. Moment, wie war der nochmal? Nein, wollte ich gar nicht drücken! Nein! Äh, äh, wie war denn? Fallschirm aufmachen? Fallschirm? Oh, Gott sei Dank. Oh. Aua. Ja. Das, ähm... Mit dem Fliegen hat sich soeben erledigt. Ich, äh... Ich werd dann zum Bergsteiger. Ja? Hä? 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 Ich schaff's! Ich schaff's! Mein Tanne, warum? So. Moment. Willkommen bei... Nein, das wollte ich gar nicht. Äh... Moment. Willkommen zum, äh... Willkommen zum Let's Play The Forest. Ja? Hm-hm. So. So, ich muss erstmal hier so ein paar Bäume abhacken. Äh... Mein Tannenbaum! Mein Tannenbaum! So. Guck mal, da ist ein Helikopter. Guck mal, da hat sogar eine Kamera da unten dran. Das geht überhaupt nicht. Ach doch jetzt. Hilfe! Hallo? Das ist sehr gefährlich, was ich gerade tue. Das ist sehr gefährlich. Aber ich bin Stuntman wohlgemerkt, ja? Also ich bin Stuntman. Ja? Meine Aufgabe heute ist, springe in den Skilift. War das nicht so, bei Online konnte man den nicht benutzen? War das nicht irgendwie so? Ähm. Huiiii! So, Prost zusammen. Ja, das wünsche ich dir auch, Kubus. 33. Schön, dass du da bist bei der Let's Play Live Show Silvestergala. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. So. Huiiii! Stuntman! Yay! Wuhuu! Oh! Das war, äh, zu knapp. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Da läuft doch einer, ne? Moment. Hallo! Willkommen bei The Forest. Frohs dann, Underworld. Willkommen zu The Forest. Magst du mitmachen, Underworld? Wie er auch nickt und große Augen macht, ne? Hm, ja, äh, 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 ja. Guck mal, meine Axt. Bleib hier! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ich bin Kannibalist! So. Hallo! Bleib doch stehen! Wo will er hin? Bleib stehen! Oh, huch! Hallo? Der rennt vor mir weg! Was soll denn das? Hallo? Was soll, soll denn das? What the fuck? Ich bin Ureinwohner. Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ich will doch nur mit dir reden! So. Oh. Oh, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Was ist denn das? Hallo? Oh, meine Axt ist sogar blutig. Bumm. 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 Achso, warte mal. Moment. Guck mal, ich bin leidenschaft... Nein, ich bin... Leidenschaftlicher Golfspieler. Der gute Brute hier. La 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 la. Oh. Dum, 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 dum. Dum da dum, dum. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö M-M-M-M-Moped. Bleib stehen! Bleib stehen! Entschuldigung. Das ist meins. Wieso stirbt der denn? Okay. Dankeschön! Dankeschön! Prost! Ja, euch auch nochmal nachträglich frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ein angenehmes Weihnachtsfest gehabt, natürlich. Komm, wir spielen Suchen und Verstecken. Ähm... So, mal eben kurz gucken hier. Mechaniker anrufen. So, was nehme ich denn jetzt? Ich nehme mal... Mein Gott, das wird so teuer. Die ganzen Fahrzeuge sind alle zerstört. It's on the way! Was? Hmm... Nein! Alter! Was? Entschuldigung! 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 Hat ich so gemeint! Ja, geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Na, warum fährt der Auto nicht? Scheiße! Der sitzt doch mit drin! Kacke! Wir müssen auf den öffentlichen Server, das wäre viel cooler. Aber wir sind noch ein paar andere Idioten, die wir ärgern könnten. Bitte? Ich habe gesagt, wir müssen auf den öffentlichen Server. Da können wir noch ein paar andere ärgern. Äh, aua Boah, wie der abgehoben ist Huch So Ich versuche mal die Straße zu treffen Ja Und die Autos Wie sieht der eigentlich von innen aus? Ah, okay Wie jeder andere auch fast auch Kannst du mal ausprobieren bitte deine Achso, ich seh dich gar nicht, du bist Ja, ich merk's gerade Jetzt sollst du mal eben deine Emotionen zeigen Okay, guck's böse Wow Wie, hoch Bist du ausgestiegen? Wo ist er denn hin? Hallo? Hauptsache, die fahren bei GTA alle unangeschnallt Das ist so Wow Alter Finne Blondes Mädchen mit Brille, natürlich Wie gehst du denn schon wieder so? Äh, 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 äh Scheiß Kacke hier Scheiße aus Oh, überfährt die mich Ist das denn sowas unmöglich? Wir sind alle so aggro hier Ich tritt dir erstmal die Lichter kaputt hier, du Affe Komm her Komm her Bleib stehen, du Oscar Mit deinem karierten Pullover Mit deinem karierten Weihnachtspullover Oh Wie er sich jetzt noch entschieden hat Hm, bleib ich stehen oder fall ich um? Prost So He, 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 he Huch Was war das denn? Ach ja, Kreis ist ja nachladen Wir werden nochmal zoomen X, ne, oder? Ne, wir werden nochmal Achso Das machen wir Das machen wir ganz Das machen wir ganz anders Das machen wir einfach so Und dann hat sie das schon erledigt Oh, 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 oh Die da oben nehmen wir gleich mit Aua Hui, pink, ja Rosa Rosa kann man auch sagen Ähm Wo bin ich denn schon wieder hier? Ich wache mal in unterschiedlichsten Orten auf Das ist unfair Ja Ich merke das schon Äh So Weiter geht's Achso, ich sollte mal Können wir vielleicht mal Ein paar Chips essen Und wir kommen dann wieder Ein Tischfeuerwerk anzünden Wenn wir schon einmal dabei sind Weil wir schon einmal dabei sind Oh, Moment Muss mal eben hier Just a moment Und los geht's Ja Pui Yeah, geil Was war drin? Erstmal eine Kinder Eine Beschreibung für Kleinkinder Ja, also das ist genau das Richtige für mich Ja, damit ich auch hier Kleinteile Also Ach nee Da hast du jetzt noch einen Zettel dabei Moment Warnung Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren So wie mich, ja Wegen verschlucken Kleinte Verschluckbarer Kleinteile Erstückungsgefahr Komet Feuerwehr GmbH Grüßt sie So, was steht hier TB401 Ich war als kleines Kind Schon immer intelligenter als andere Das trifft mal so nicht auf mich zu Mit neun Monaten konnte ich schon laufen Intelligent Fragt Erna Ich hab mich mit zwei Jahren Noch tragen lassen Das steht hier wirklich Da sind doch Zettel Ich hab's gar nicht mitbekommen Hier sind Zettel drin Das ist so wie beim Beim Chinesen Diese 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 Glückskekse Hier TB108 Nur wenn man das Unerreichbare anstrebt Gelingt das Erreichbare Uh Das ist sehr tiefgründig Warte mal Wo ist denn hier der andere Da muss doch noch irgendwo ein anderer Zettel sein Da ist noch irgendwo Alter hier ist so viel Pampa am liegen Ähm Wisst ihr was Wir zünden das letzte auch noch Jan Ich hab Ich hab Übrigens Ach scheißegal Lass das einfach runterfallen Ich hab im übrigen Hab ich noch viel viel mehr Noch in petto Eigentlich Zünden wir den auch noch an Jan Der geht nicht an Die Sau geht nicht an Jan du Sau Doch jetzt Äh Wo So Äh Ne das hatten wir schon Was ist das Ist das hier Das hatten wir auch schon Hier ist doch glaube ich was Ne Ach ja hier Was haben wir denn hier Erstmal Prost zusammen Die Maus und der Elefant Laufen durch die Wüste Brennt hier noch was Ne Ähm Da tritt der Elefant Versehentlich leicht Auf die Maus Sagte der Elefant Entschuldigung Sagte die Maus Ach Das macht nichts Das hätte mir auch Passieren können Okay So Ähm Ja das sind so tolle Sprüche die hier drin Alter das geht überhaupt Nicht aus So Ja ich würde sagen Wir machen auch gleich mal Eine Runde Blei gießen Achso hier war noch Ein toller Äh äh Jetzt wollte ich schon gerade Einen anderen Stern sagen Entschuldigung War noch ein fleißiger Stern Noch mit dabei Wer haut mich denn da immer Wer haut Ach da oben ist er Da oben Er steht auf dem Dach Natürlich Komm her Komm mal hier Ich hab auch was für dich Komm mal Schneebälle So Was mit dir Alter Mann Du Hau ab Aua Wo ist er denn Wo ist er denn Guck mal hier Oh Oh Aua Aua Hast du nicht gehört Was der Elefant gesagt hat Entschuldigung Hätte mir auch passieren können So Aber da fehlt Irgendeine Schriftrolle Fehlt da noch Ich weiß nicht Wo die ist Liegt hier vorne Irgendwo Alter wie das hier aussieht Das ist unglaublich Ne hier ist nichts mehr drin Ist hier Ne Da ist Wo ist das denn hin Warte mal Was machen die denn hier Hey Die machen Picknick Hey Wie geht's euch Alles klar Darf ich mitmachen Ih Der ist ja nackig Also eigentlich schlage ich ja keine Frauen Hi Wad 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 denn Wad denn Guck wie der mich anguckt So 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 Jetzt kriegt ihr alle erstmal was aus dem Maul Weil ihr mich doof angeguckt habt Ja So Und du nackig da Weil du nackig bist So Was willst du denn von mir Da fällt dir sogar direkt die Mütze von der Birne Sonst noch jemand irgendwie Stress So Ah guck mal Der da will auch Stress haben Guck mal Der da So Oh Aua Schneeballschlacht Schneeballschlacht Oh Oh Was war das denn bitte Hallo Nein ich will den Schneeball aufnehmen Äh Wo bist du denn hin Huch Äh Wir haben doch nur ne Schneeballschlacht gemacht Wieso greifen die uns an Das gibt's doch gar nicht Hilfe Nein das will ich nicht machen Ja Au 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 I kill you Silence Ich versteck mich hier im Busch Da sieht mich keiner Das ist übrigens die Ingulenzen Kamera Die wir hier gerade haben Ja Ja so sieht es mal bei Ingulenzen aus Hallo Aua Wo sind die denn Oh Ähm Stößchen Ich hab keine Ahnung Irgendeiner war da So Oh Oh guck mal wer da ist So Jungs Was wollt ihr jetzt von mir Guck mal Hier 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 Was denn Brauchst du gar nicht deine Lampen da oben Wot 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 Da ist Oh Entschuldigung So Lalalalalala Wer hat denn von euch Bock gleich mitzumachen bei Bleigießen Ich hab da so Wie gesagt Bleigießen hab ich besorgt Können wir schön zusammen machen Jeder bekommt dann ein Teilchen Und dann lese ich das mal vor was das ist Hey da ist ein Auto Bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Eins Juhu Wieso hab ich schon wieder zwei Sterne Das gibt's doch gar nicht Wo ist er denn Ja Das klappt Der ist Der liegt da hinten Der liegt da hinten Der liegt da hinten Was ist der Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja So Ja ich Das ist super Machen wir gleich. Wie spät haben wir das eigentlich? Ich darf hier nicht, dass es gleich schon 12 Uhr ist und ich verpasse das voll. So. Ne, halb 10 haben wir. Gieß ein Teil für mich bitte. Ja, klar. Huch. Wo bist denn du? Ach da. Ja, ich muss irgendwie hier aus... Ich wollte schon gerade sagen, aus dem Schneegebiet rauskommen. Das geht ja nicht. Mann, geh weg. Hier, Dr. Reflex, den die Frauen vertrauen. Der ist gerade unterwegs. Er hat einen Notfallgrad. Der ist gerade unterwegs, ja? So. Moment. Ich muss die Kurve noch kriegen. Uah. Uah. So. Notfall. Alter, ich seh die Straße überhaupt nicht. Das ist unfassbar. Wie cool, dass aber auch der Rückspiegel oder beziehungsweise Seitenspiegel immer noch den Sand anzeigt. Das ist natürlich auch sehr geil. Ja, alles klar, natürlich. Flex. Dr. Flex, bitte in den OP. In den Frauen vertrauen. So, da kommt eine Kurve. Wenn ich das richtig sehe. Warum hält der da... Warum hält der da an, bitte? Ach so, sein Akku geht gleich leer. Ja. Ja, machen wir jetzt gleich. Ich würde sagen, wir machen noch eben hier, dass ich noch eben von der Polizei entkomme. Oder ich mich fach lasse. Oder wie auch immer. Die sollen wir nicht auf den Senker gehen. Alter. Alter, jetzt habe ich so die Faxen dicke, ne? Geht halt so sterben, alle. Geh sterben. So. So. Jetzt ist mal Ruhe hier. So. Das musste mal gesagt werden. Bei dir auch. Erstmal kurz für Chaos stiften. Mein Name ist John Rambo. Huch. Wollte ich schon immer mal machen. Wo ist ein Helikopter? Ach da, über mir. Oh. So. Meine Güte. Das macht so eine Laune. Das gibt es gar nicht. Man kann immer wieder weitermachen. Das ist unfassbar. Das ist so ein GTA-Phänomen. Nein. Das ist so ein GTA-Phänomen. So. Dann stelle ich mich einfach mal hier unter die Tanne. Obwohl hier stehen ist auch ein bisschen doof. Wir sollten vielleicht mal in die Stadt fahren. Fährst du mich in die Stadt? Supi. Weil dann fange ich nämlich an mit Bleigießen. So. Wir machen noch eine kurze Pause. Und dann fangen wir gleich an mit Bleigießen hier. Ja. Im Livestream. Und dann geht es gleich weiter. Kleine Pause. Ich muss auch gucken, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle eigentlich. Ich weiß das gar nicht. Erstmal hier alles frei rum. Alter, das sieht hier so aus. So chaotisch. Unglaublich. So. Alter, das ist so der Hammer. So, wie gesagt. Wir machen eine kleine Pause. Und dann geht es gleich weiter mit Bleigießen. Solltet auf jeden Fall dranbleiben. Bis gleich in der Let's Play Live Show Silvester-Gala. So, willkommen zurück. So. So, dann schauen wir mal. Was habe ich denn hier schönes? Das Bleigießen. Ihre Blick in die Zukunft. Ihr Blick in die Zukunft. So. Ihr möchtet eure Zukunft wissen. Genau wie ich auch. Ihr dürft jetzt wählen. Ja, da hinten ist die Beschreibung drauf. Das ist schon mal supi. Ich hoffe, das funktioniert, so ich mir das vorstelle. Ich habe einfach so einen riesen Botte hier genommen. Ich hoffe, ich komme überhaupt damit hin. So. Einfach so. Blub. Ne? Ob das so funktioniert. Schauen wir mal. Ich muss das erstmal öffnen hier. Moment. Just einen Moment. Also, ihr dürft jetzt wählen. Zwischen eine Uhr. Eine Krone. Ein Herzchen. Ein Fingerhut. Sekt. Oder ein Gewicht. Wer will denn damit anfangen? Mit was überhaupt? Und dann werde ich das mal vortragen. Huch. Schmeiß das einfach mal. Ich feiere alleine. Ja, Checker Flow. Hi. Ja, mit euch feiere ich. Natürlich. Let's Play Live Show. Immer Freitag, Samstag, 20 Uhr. Prost. Mhm. Mhm. Okay. Krone. Gut. Dann fangen wir mal mit der Krone an. So. Hier haben wir die Krone. Die lege ich mal auf das Löffelchen. Und dann... Huch. Hallo. Sollte vielleicht mal schauen, ob das so überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. So. Ja, in der Zwischenzeit, ähm... Also, wie gesagt, Let's Play Live Show immer Freitag, Samstag ab 20 Uhr. Ähm... Sieht man das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Kann man das überhaupt sehen hier, was ich hier tue? So. Ähm... Freitag, Samstag, 20 Uhr. Und wir haben bald, äh, Einjähriges. Lexi nimmt die Uhr. Okay. Ähm... Feiern wir bald Einjähriges. Am 7.2. Und deswegen gibt's auch dieses Jahr die Silvestergala. Ich weiß noch nicht, ob's nächstes Jahr auch wieder eine Silvestergala gibt, weil, äh... Das kommt natürlich drauf an, wie so der heutige Abend verläuft. Ob viele noch kommen werden, weil momentan ist der echt mau. Gut, viele sind natürlich selber feiern. Und, ähm... Das wird sich natürlich zeigen. Aber die Silvestergala hier, die wird natürlich auch auf YouTube nochmal landen. So, dass ihr da, oder die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ähm... Das nochmal nachverfolgen können. Huch. Schmilzt das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Das kann sich nur um Stunden handeln, ja? Jetzt hier. Dum-da-dum-da-dum-da-dum. Vielleicht hätte ich es doch lieber im Ofen schmeißen sollen. So. Also bis jetzt passiert noch gar nichts. Ja, nur so als Info. Mit Bleigießen. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020